Herzlich Willkommen bei D18 Foto, mein Name ist Dennis Elting, heute ist Weihnachten, also nicht wirklich Weihnachten, sondern Heiligabend, aber Heiligabend gibt's die Geschenke, also ist in Wahrheit Weihnachten. Ihr kennt das Spiel mit dem Baum und den Paketen drunter und ich hoffe, bei euch sind ordentliche, was da drin, paar Kameras, paar Filme vielleicht, vielleicht ein schönes neues Stativ, vielleicht ein schönes Fotobuch, ein paar tolle neue Ideen für euch fürs nächste Jahr. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Feiertage, genießt eure Verwandten, eure Freunde, eure Familien, alle, die mit euch zusammen feiern wollen, dürfen und sollen. Bis dann, wir sehen uns bestimmt bald wieder, zwischen den Feiertagen bin ich wieder da für euch, bis dann, ciao und immer weiter knipsen. Merry Christmas.